Unsere Nummer 32, Den Haag. Dieser Rad war nachgeboren im Jahr 2018, erst 1,78 Meter im Stockmaß gemessen. Er stammt ab von Doncier, Lord of Loxley, De Niro. Aus der Zucht von Heinke I. wird er ausgestellt von Heinrich Giesemann aus Bava. Den Haag zeigt sich als schwungvoll auftretendes Dressurtalent im großzügigen Format. Sein Halbbruder Fiotto von Fürst Belisaro ist unter dem Satte von Natalia Schumann in S1-Sterne-Dressoren erfolgreich. Aus der zweiten Generation seines Mutterstamms ist der gekörte Hengst Dante Quando von Dante Veltino, S2-Sterne erfolgreich unter Charlie Welch. Und aus der dritten Generation haben wir den gekörten Hengst Quando Quando von Quattro B International Grand Prix erfolgreich unter Christy Oatley. Ladies and Gentlemen, Lot No. 32, Den Haag. This black galding is born in 2018. He is 17,2 hands high. He is by Doncier, Lord of Loxley, De Niro. Den Haag is a swinging Dressage talent in a generous frame. His half-brother Fiotto by Fürst Belisaro is successful in advanced one-star-level Dressage competitions under the saddle of Natalia Schumann.